Persönlichkeit, welches Problem sie zuerst offenbart ihren Charakter. Jeder Tag birgt neue Herausforderungen oder Hürden. Besonders in diesen Zeiten ist es schwer, Prioritäten zu setzen, einen kühlen Kopf zu bewahren oder einfach einen tiefen Atemzug zu nehmen. In solchen Situationen werden dabei nicht nur die persönlichen Stärken auf die Probe gestellt. Es können auch neue Seiten der eigenen Persönlichkeit offenbart werden. Ein Telefon klingelt, das Baby schreit, der Kessel pfeift und der Hund tobt sich an einem Kissen aus, auf diesem Bild sind vier akute Probleme zu erkennen. Welches würden Sie in dieser Situation zuerst lösen? Im Video erfahren Sie, was dies über Ihren Charakter verrät. Verwendete Quelle, Annabel Magazine.com Dieses Video erschien bereits auf Brigitte D. Verwendete Quelle, Annabel Magazine. Verwendete Quelle, Annabel Magazine. Verwendete Perraówne. Verwendete Quelle, Annabel Magazine. Verwendete Quelle, Annabel Magazine. Vielen Dank.